Wo ist es geklappt Kammerer hat er extra sich schon jahrelang Gedanken darüber gemacht wie er sein Ding nimmt falls es mal rauskommt also seine Befindung um dann bei mir ist das ist es entwickelt sich voll übergeilt weiter und das ist der Immobilienmachter von dem später ein Haus kaufen kann man kann später ein Haus kaufen Möbel, Möbel kann ich nämlich später auch kaufen Freusten-Santag gibt es jetzt schon, das ist gut Möbel, Möbel Möbel, Möbel Möbel, Möbel Möbel Möbel, Möbel viel und und auf jeden Fall der Kanzler Prost! Ja. Hm. Vielleicht sollst du mal anständig reinmachen. Hm, hm, hm. Diesmal ist der wirklich gut. Oder? Wird schon aggressiv. Lecker, sehr schön. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. So, Leute, haben wir immer gerne. Hä? Schmeckt nicht? Warum das? Oh, er schmeckt! Hätte ich zwar nicht gedacht, aber krass. Äh, aber okay. Krass, echt krass. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Schade. Hm. Das ist echt doof. Kränker, Louis Kränker. Wer haben wir jetzt denn hier? Okay. Ach, das sind die. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm Europa, England, gehört nicht zu Europa, nene, nene. So freaks, an den U-Suppit. Öl gemeldet, perfekt schon, direkt ausgerüstet. Was gehört dir? Ausläufe? Tausend Taler, sehr schön. Was haben wir noch? Weinkostüme. Feinkostüme. Ah, und Kamera, aber die Kamera war auch für Goldküste. Ah, hier oben muss noch was. Sehr schön. Na. Das kann lange dauern, nicht schlimm. Rennen, junge Rennen. Wir sind schon im Klick. Oh. Mann. So. Ab zum nächsten Scheiß. Äh, ne, da gehen wir nicht so lang. Oh, da oben so. Irgendwann. 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 weis. Eis, Eis, Baby. Mhmmm. Mhmmm. Irgendwie ist hier nichts, ne? Mhmmm. Oki. Mhmmm. Mhmmm. Daneben nicht. Soll mir auch nicht sein. Liberta. Nee, Liberita. Entschuldigung. Die Kostüme, den Wein. Und den Wein kriegst du. Okay. Das Video kriegt er. Bzw. kostüme sie. Wie immer alles verändert. Wie immer alles verändert. 100 Dollar. Geil. Touristenzentral. Mhm. Na, drei Mädels. Tolle Bescheidung. Aber alles haben wir ja schon. Braunde, Madonna. Wo hast du diese Klamotten? Na, trau noch. Vielen, vielen, vielen. Ach, das ist ja. So, damit haben wir an sich die Entwicklung der Städte mehr oder weniger jetzt vollbracht. Für den Augenblick. Ja. Das heißt, hier geht's das nächste Mal weiter. Bis dann. Von. υτ